Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Heyday. Sneak Peek Nummer 3 ist am Start und ich bin gespannt was ihr erraten werdet, weil gestern waren ja schon einige sehr sehr gute Antworten und Vermutungen unter dem Video dabei und da sind wir mal gespannt wie es heute so sein wird. Diesmal ist es sogar noch offensichtlicher muss ich ehrlicherweise sagen was es sein wird oder sein könnte. Deswegen gucken wir mal wir sehen hier in dem Sneak Peek so drei Arbeitsschritte was man für das Gericht macht und ja also ich glaube es gibt gar nicht so viel Spekulation hier als Option. Also beim ersten sieht man dass irgendetwas körniges in die Schüssel reingegeben wird und man hat ja auch im gestrigen Sneak Peek gesehen dass es ja auch ähnlich aussieht wie Weizen etwas zu tun hat mit Milch habe ich ja gestern schon gesagt und jetzt sieht man auch direkt dass auch Milch dann im zweiten Paar dazugegeben wird. Ob es jetzt Milch oder Ziegenmilch ist ist eigentlich relativ Wurst aber es kann eigentlich auch nichts anderes sein. Sahne macht ja keinen Sinn so flüssig ist das nicht und dann im dritten Part wird dann noch etwas weiteres dazugegeben was natürlich sehr durchsichtig ist und was auch ja eigentlich auch sehr klar ist was es ist. Ich bin mir sehr sicher dass ihr da sehr sehr gut drauf kommen werdet und bin mal gespannt auf eure Vermutungen auf eure Tipps in den Kommentaren. Ja das war es auch schon fürs Video ich freue mich sehr darauf und vor allem auch auf Freitag nämlich Freitag 14 Uhr Leute kommen alle Update Infos also checkt das auf jeden Fall aus Freitag 14 Uhr geht's ab und ich bin gespannt was ihr vom Update haltet und ob ihr euch auch genauso drauf freut. Bis dahin Leute denkt an den Creator Code lasst ein Abo da Daumen nach oben bis zum nächsten mal haut rein. Ciao. Ciao.